Ich heiße Eve und das ist meine Familie, die Croods. Mom! Wir waren ewig in der Höhle. Drei Tage sind nicht ewig. Doch, mit dieser Familie schon. Mom, wir wollen los. Mom? Ich lebe noch. Der Tag ist ja noch jung. Wir durften die Welt da draußen nie erforschen, wegen meinem Dad und seiner einzigen Regel. Neu ist immer schlecht, hab nie keine Angst vor irgendwas. Aber da wussten wir auch noch nicht, dass sich unsere Welt komplett verändern sollte. In die Höhle, lauf! Vorsicht! Das müsst ihr euch ansehen, Leute. Da müssen wir hin. Nein! Oh! Los, los! Wo sind wir? Ich weiß nicht genau. Dad? Ich regle das für uns. Ah! 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 Oh! Jawohl, der Zeig ist Ihnen sehr gut. Oh Mann, die sind aber super. Super, ich liebe das. Ich bin Guy. Und das ist Klammer. Koch, Gesprächspartner, Navigator. Hallo. Und er hält meine Hose oben. Wir müssen sofort weg. Die Welt endet. Was? Alles, worauf wir gerade stehen. Alles hier ist bald weg. Ich nenne es das Ende. Wir brauchen eine Höhle. Ich kann euch helfen. Kommt mit. Dad, wir schaffen das. Die Crews sind unzertrennlich. Das gilt nicht für euch beide. Das dauert zu lange. Wir müssen schneller vorankommen. Ich nenne sie Schuhe. Ich liebe sie. Wo sind meine Füße? Höhle! Schnell, alle rein. Ey, guckt mal, die Höhle hat eine Zunge. Voll cool. Dreamworks, die Crews. Was ist das? Feuer. Ey, es beißt mich. Versteck dich vor ihm im hohen, trockenen Gras. Ab 21. März, nur im Kino.